Ich versuche zu sagen, dass es keine Unternehmen in der Industrie gibt, die heute den Hydraulik-Know-How und den Produkungs-Know-How zu produzieren. Das ist nur für Nusswal. Hyperflow ist das automatische Nivellieren der beiden Tragarme und das automatische Entlüften des Hydrauliksystems, weil sie in einem Hydrauliksystem immer Luft haben, unterschiedliche Temperaturen haben und dadurch die Nivellierung der beiden Tragarme verlieren. Wir machen das so, dass jedes Mal, wenn sie in die obere Position fahren, dieser Vorgang entlüften und Synchronisierung der Tragarme automatisch vonstatten geht. Die Hydraulik-Lifts, die jetzt auf dem Markt sind, haben immer eine Mechanical-Synorisierung-System mit Kabel. Die Kabel arbeiten mit Pulleys und Hooks, aber unsere Luft hat es nicht. Wir haben nur die Hydraulik-Hausen von einem Kolumn nach dem anderen. Deshalb sind wir flexibel, wenn Sie in die Luft positionieren. Wir haben nur die 빠른 Position des E Lauferesignages, wir sind in die Luftskolle im Raum, wir sind mit der Luftspartein-Hausen vom Umfeld, Wir sind im Samen und Nachdenkirchen. Wir haben nur die Möglichkeit, die Luftspartein-Hausen über die Luftspartein-Hausen,